Hallo Leute, heute mal ein ganz kurzes Video und zwar habe ich das Phantom Passwort rausgekriegt, das soll angeblich sein 5AB07A6. E5. Problem ist Maus. Zugriff gewährt. So. Okay. Nein, das machen wir wieder zu. Ähm, ja. Machen wir das mal zu, gucken uns mal an, was der Auftrag ist. Der Auftrag davon ist, ja, erziele 200 LMG Kills, erziele 50 Kills mit Sprengstoff, erziele 25 Road Kills. Phantom Adapt. Okay. Okay. Ich glaube, man kriegt drei schöne Tarnungen. Und das war's dann schon wieder und ich hoffe, euch hat's gefallen. Bis zum nächsten Mal.